Ein Stück von Heinrich Heine vortragen, wenn ich auf meinem Laufplan richtig informiert bin. Denn jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich, dass wir uns allein wenig einschwingen in diesen kleinen hypnotischen Rhythmus mit dieser kleinen orientalischen Musik, die gerade hier aus den Tiefen des Publikums zu mir hervorklingt. Sie wissen ja, die offene Bühne ist dafür da, dass jeder, der mag, diese Bühne neben uns entern kann, zu uns in die Garderobe kommen kann, mit uns essen kann, mit uns pulververseuchtes Bier trinken kann. Und Sie können mir glauben, in der Garderobe da ist mehr Stimmen als auf drei XL-Partys zusammen. Und wir haben einen jungen Mann aufgetrieben, der sich bereit erklärt hat, uns aus unserer kleinen Not zu helfen. Ein junger Mann aus der Nachbarschaft, der seine Gitarre geholt hat, um jetzt hier bei uns, hier zum ersten Mal in diesem kleinen Café, ein paar Stücke zu singen. Ein bekannter Gladbecker Musiker, Gingers Balls, Stronger Fix, nur wenige seiner vielen musikalischen Stationen. Und hier heute zum ersten Mal alleine mit seiner Gitarre auf der Bühne unser Ömmes. Viel Spaß und ganz großen Applaus! Applaus Applaus Hallo, hallo! Völlig überraschend heute. Ein Song oder zwei. Wegen der Absagen. Ich bin völlig nervös, weil... Ach, ich weiß auch nicht. Ja, also jetzt improvisiert alles so, wir versuchen einfach mal was. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018